Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Und die Zusatzzahl von heute Sonntag lautet 4. Hier noch einmal die Gewinnzahlen in ansteigender Reihenfolge. 3, 9, 21, 27, 40, 45 und die heutige Zusatzzahl lautet 4. Beim Joker hat es am vergangenen Mittwoch ebenfalls einen Solo-Gewinn gegeben. Und zwar auf einer Lotto-Quick-Dip, der in Wien gespielt wurde. Der glückliche Gewinner erhält für sein Jahr zur richtigen Joker-Zahl mehr als 195.000 Euro. Ich hoffe, Sie haben mitgespielt und für die heutige Ziehung das Jahr beim Joker angekreuzt. Ich wünsche Ihnen nun viel Glück. Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 2, 2. An zweiter Stelle haben wir 0, 0. Die dritte Stelle lautet 7, 7. An der vierten Stelle haben wir 4, 4. An der vierten Stelle werden 2, 2. Und an der sechsten und letzten Stelle 1, 1. Somit lautet die Jokerzahl dieser Ziehung 2, 0, 7, 4, 2, 1. 1,50 Euro gewinnen Sie mit einer übereinstimmenden Stelle. 7 Euro mit zwei Stellen, 77 Euro mit drei, 770 mit vier, 7700 mit fünf und mit sechs übereinstimmenden Stellen haben Sie den Joker. Übrigens Jokerverlust unter allen Tipps, die an zumindest einer der vier Ziehungen vom 28. Mai bis 8. Juni mitspielen, zehn exklusive Kreuzfahrten für je zwei Personen nach Norwegen. Bewahren Sie Ihre Quittungen also gut auf. An Gewinnerinnen und Gewinnern der heutigen Ziehungen gratulieren wir sehr herzlich. Anzahl und Höhe der Gewinne erfahren Sie unter anderem in den Tageszeitungen, im OF-Teletext auf Seite 721, auf Win2DRT und natürlich auch in Ihrer Annahmestelle. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend. Auf Wiedersehen am kommenden Mittwoch bei Lotto 6 aus 45 und Joker hier in ORF 2. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.